Günther, ich komme aus der Dünne. Achso, du warst noch nicht mit dem Typen in der... Oh, stimmt. Ja, du kannst ja einfach... Nee, du weißt ja, was hier ist. Ja, das hier ist jetzt einfach meine Survival-Welt von ihm. Leider ist TP nicht an. Äh, hä? Ich habe wieder so einen Scheiß-Skin. Kannst du kurz Cut machen? Ja, okay. Cut. So geht weiter zum Glück ist Emeralds-Farm hier nicht so schwer, besonders wenn man hier so Villager hat, ne? Der hat halt ne Farm, da konnte er sich gerade ganz schön viele Emeralds holen. Ja, ich hab keine Ahnung wie. Also, schon. Ich hab sehr viel Gold und hab mir dann und halt sehr viel verrottetes Fleisch. Das ist immer sinnvoll. Und ihr seht, glaube ich, ich hab fast keine Leben und vier Hungerballen. Oh, mein, ich muss die Emeralds neu auffüllen. Das Beste wäre, wenn jetzt aus irgendeinem Grund hier einfach... Machen wir neuen Cut, das ist langweilig. Erstens, er muss zu uns und zweitens muss ich in die Farm gehen. Ja, das ist wirklich langweilig. Cut. Okay. Der Villager handelt nicht mehr für Gold, was sehr toll ist. Ich hab mir jetzt ein bisschen den Quip gemacht. Die Rüstung, die sieht man schon. Da oben ist ein Amboss. Cool. Ne, das ist ein Stein. Fast dasselbe wie ein Amboss. Der sagt, guck mal. Okay, dann gehen wir jetzt mal das Ender-Portal suchen. Ja, ich muss nur schnell die restlichen paar Dias zurückbringen, damit wir sie nicht verlieren, wenn ich sterbe. Ja, ich schenke denen noch schnell was. Cool. Hast du schon gesehen was? Nö. Gut. Achso, du bist da. Hast du es wenigstens sortiert? Ich bin hinter dir. Wer ist jetzt die Überrandessen? Ja. Ich hab's gesehen. Goldäpfel. OP-Goldäpfel. Und du wolltest mir doch auch... Ja, warte kurz. Es möge XP regnen. Ich glaub, ich hab grad einen Zombie gehört. Ja, es ist ja auch Nacht. Ey. Oh, die können Türen abbauen, pass auf. Oh, guck mal, die können jetzt nicht mal den Villager anfallen, ne? Ja, cool. Es geht nur, wenn die hier an den Seiten stehen, wo das Holz ist. So, wo ist XP Regen? Hier. Renn dich so rum, dann krieg ich nix. Ja, doch. Du hast jetzt schon mehr, Alter. Wir kriegen beide was. Das ist gut. Ich bin Level 3. Alter. Alter, wie wenig Level krieg ich? Ich dachte, ich krieg mehr. Ich hab nur 7. Okay. Jetzt gehen wir los. Okay. Ich würde zwar noch verzauern, aber er will nicht. Ja, warte mal. Ich kann mir ein Scherp... Ach, ey, komm. Der erste Wurf. Äh, ich hab gar keine. Ach so. Das sind ja keine Pirates, sondern Eyes. Wow. Das war nicht sehr serious. Da ist ein Zombie, der will auf Mund. Achtung, der verfolgt dich genauso wie ein Trooper. Aber... Ich slappe ihn in meinem Stadtbezweifel. Irgendwie sind die... Irgendwie sind die Diash... Wer zerst... Schwächer hier in der Welt, hab ich das Gefühl. Als was? Ah, nee, warte mal. Die Diashwert in meiner... Ein Welt ist doch verzaubert, wo die Zombies nur 2 Hits brauchen. So, hier. Der sollte jetzt kaputt gehen. Nee. Oh, noch nicht. Die gehen nämlich nach einer Zeit kaputt, sonst hätte ich mir nämlich nur einige gekauft. Wo ist sie? Und wir können hier... Wir können dann das End betreten, mach den Erfolg. Und dann betreten wir ihn erst aber nicht direkt. Ne? Sollte dir auch klar sein. Hm. Ich hab mir schon ein bisschen was geholt. Da ist ein Zombie mit Goldrüstung. Ja, der droppt's nur manchmal. Hä? Der Creeper ist nicht explodiert. Ich stand hier... Ich stand hier... keine Gelegenheiten gelassen, das da zu machen. Und der ist einfach nicht explodiert. Oh, scheiße. Die Enderpelle... Ich hab gar nichts zu Ende mitgenommen, außer den Gold. Ja, ich hab viel. Guck mal hier. Bin grad im Kampen. Und du kannst auch die Goldappels essen. Und wir gehen ja eh nochmal zurück und da ist ein Skelett mit voller Goldrüstung. What the fish? Ich mag Skelette nicht. Wo ist das Skelett? Okay, jetzt ist es explodiert, mein Ende Auge. Mein erstes ist weg und ich hab noch 4,6. Ey, ich brauch schon Essen. Ja, komm. Ja, ich hab gleich nur noch 3. Sag mal einfach, wenn du nicht mehr sprinten kannst. Vorsicht. Ich kille nur kurz den Skelett. Ich geh noch. Ach so, du bist schon da. Hä? Das greift mich nicht an. Au. Oh, er hat so... Schluss die Hose. Ja, komm, wir haben eh die ja. Ist mir egal. Ich bin ein Party-Mensch. Ich kann nicht mehr sprinten. Wahrscheinlich in diesem Berg wetten. Ja, ich kann nicht mehr sprinten. Ey, gib mir Futter. Ja, das ist locker in diesem Berg. Gib mir Futter. Hallo. Ah, da kommt eine Spinne. Ey. Ich geh mal auf den Berg. Ich brauch Futter, Digga. Auf den Berg. Ja, ich kann aber schon jetzt nicht mehr sprinten. Ja, und mich auf den Berg. Ich will mich verrecken. Wie der GLP in Varro 3. Ist er schon in Varro 4 gestorben jetzt eigentlich? Äh, nee, er hat zwar ein Video gemacht, das er genannt hat, ich bin gestorben, aber das war nur ein Prank. Das war voll witzig. Der hat da lauter Effekt. Der hat da so einen Rückblick. Was für riesige Slides laufen da hinten rum? Ja, sag mal trotzdem mal weiter. Der hat da halt so einen Rückblick gemacht mit lauter coolen... Wir sind umsonst draufgelaufen. Coolen Szenen aus dem Varro und dann hat der halt so eine Sequenz angefügt, weil der erst da in den Schluch gesprungen, wo Wasser war. Und dann hat der so angefügt, dass der daneben springt und du bist gestorben. Dann hat der so eine Zurückspul-Animation und ist einfach ins Wasser gesprungen. Sag mal, kann ich jetzt vielleicht mal was zu essen? Ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Ich hab dich schon ganz vergessen. Oh Mist, das zweite Auge ist auch schon mal wieder explodiert. Im Notfall hätte ich auch noch ein bisschen rohes Rindfleisch. Wir könnten es noch retten, weil man kann sich durch verrottertes Fleisch Smaragdik kaufen. Wahrscheinlich jetzt in dem Berg oder was? Ja, das ist in dem Berg verschwunden. Ich hab keine Schaufel. Ich auch nicht. Mit der Faust. Ich hab ne... Ah, hier ist aber was, wenn man... Ach du, das ist ein Zombie, nicht du. Ja, ich bin nicht... Ah, ich verbrenne... Oh Mann, ich wusste, wir hätten Wasser einmal mit mir. Ach, ich brenne schon nicht mehr. Okay. Aber lass mich vor. Ich hab schon eine Effizienz 1 Spitzhacke. Oh. Wir müssen aber ein bisschen nach unten. Ja, und du musst auch noch mal hin und wieder da werfen. Ich grad neben dir ein bisschen. Wo soll ich denn hinwerfen, bitte? Zum Glück war das mit Prank. Ich hab meinen Freund sogar schon geglaubt. Ich seh deinen Namen. Ich bin in deiner Nähe. Alter, wenn wir mal genug beisammen hätten, müssten wir auch mal sowas wie Varo machen. Ich hab Lava gesehen durch den Lichtback. Also durch den Back. Achtung, vielleicht passiert's wieder. Ja, diese Backs sind ganz hilfreich. Manchmal schon. Ich hab nur Lava gesehen, aber kein Ende. Mit dem Schummer. Achtung, guck jetzt auf mich. Okay, geradeaus, geradeaus. Hey, das ist ein bisschen nach oben geflogen. Ja, ich hab wirklich durch den Lichtback. Gerade richtig nah an mir Lava gesehen. Ich auch. Ich hatte den Back. Silber für Pflasterstände, das ist anders. Guck mal hier, das ist auch einer. Das auch. Ich erkenne. Guck mal, der lang, guck mal hier. Das war ein normaler. Und der baut voll langsam ab. Siehst du das? Und der auch. Und der nicht. Ich seh deinen Namen nicht. Acht, du bist hier. Oh, noch einer. Ich geh grad mal in deine Richtung. Wir treffen uns gleich. Oh ja, ich bin in der Nähe von Lava. Und ich bin in der Nähe von dir. Gut, es ist weiter grad aus. Alter, ich bin grad zu dir und du. Ich seh dich. Hi. Hi. Mein Spitzhack ist gleich kauf. Meine ist noch ganz gut. Dann müssen wir eh zurücklaufen. Wir müssen dann so viel... Nein, einfach ordentlich. Weiß nicht. Wo ist sie hingeflogen? Noch ein bisschen weiter hoch. Ich baue hier auch. Nicht, dass wir uns schlagen. Ja, ich baue ja neben dir. Nach oben. Ja, guck. Mach ich. Bloß weit nach oben. Noch weiter als... Du bist... Du bist weiter als... Vielleicht bist du ja nicht mal in dem Berg. Das wäre jetzt richtig schade. Ich mag so bauen nicht. Besonders, wenn so viele Lichtbugs auf... Ja, ich hab... Ich hab schon lauter Level für Kohle abbauen bekommen. Ich hab 31 Level. Ich darf nicht sterben. Ich hab drei neue Level bekommen. Ich verzerber meine komplette Diagerrüstung. Auf jeden Fall. Ich verzerber lieber erstmal meine Waffen. Du bist voll weit von mir weg. Ich baue mich mal in deine Richtung. Ich baue mich auch jeden Schritt nach oben. Und ich sehe Dirt. Also den baue ich mir mit der Hand ab. Und ich sehe schon Grasblöcke. Okay, ich bin oben. Warte kurz auf mich. Ja, ich werfe nur eine Enderperle. Was für Perle. Oh, hier sind die anderen, die ich geworfen habe. Die sind da durchgebracht. Achtung. Warte kurz. Ich muss kurz kommen. Genug Stein habe ich. Da baue ich mich jetzt einfach hoch. Bleib kurz da unten. Hier ist ein Villagerdorf. Hier ist das unser Villagerdorf. Das ist unseres. Ja, da ist der Geistliche von da nach zu uns nach Hause. Warte einfach kurz. Ich bin jetzt schon beim Hochkommen. Ey, dann können wir das gut als Markierung benutzen. Dass das in der Nähe vom Enderportal ist. Flieg und sieh. Oh Gott, wie weit ist denn? Noch bitte. Okay, die ist ersprungen. Ich glaube, ich habe zwei sogar. Ja, warum auch? Ich will auch mal welche. Hä? Meine ist, glaube ich, gerade nach hinten geflogen. Meine liegt hin. Oder? Ich werfe meine. Ja, meine fliegt nach unten. Warte, guck hier. Genau nach unten graben. Ja. Guck, neben unserem Dorf. Das ist ja richtig praktisch. Das habe ich wirklich gelegt. Warte, kann ich mal kurz deine Steine, bitte? Oder warte, ich habe selbst. Ich habe selbst. Ja, wenn man so viel abbaute, hat man natürlich auch viel Stone. Ja, du brauchst nicht so. Nur eine kleine Markierung. Du musst natürlich auch lebend wieder runterkommen. Ich springe auf den Baum. Boah, wärst du jetzt verreckt. Ich habe gedacht, ich habe noch richtig viel Leben, aber nee. Warte, lass mich nach unten bauen. Und warum mit der Spitze, nicht mit der Spitze? Und warum? Warte, nicht so runter bauen. Das ist ein ganz großer Fehler. So. Ja, ich mache noch Treppe. Ich bin keine Treppe. Warte, lass mich hier vorbei. Nicht da. Ja. Ich bin drin. Und wie kommen wir jetzt gescheit wieder hoch? Wir brauchen wir doch nicht. Ich baue. Wir wollen erst wissen, wo das Enderportal ist. Ich baue aber noch mal eine Treppe, damit wir dann später. Oh, der Boss blämmt ja richtig. Der hat gerade richtig schnell geschossen. Oh, wie du halt. Ich mache kurz einen Cut. So, Cut ist wieder aufgelöst. Wir haben jetzt das Portal. Wir haben das Portal gefunden und schon eingemacht, aber sind nicht treten. Und ich habe eine Treppe. Hol alle Schweine und so mit, was du findest. Äh, was meinst du damit? Ja, essen. Ach so, töten meinst du. Ich dachte, ich soll die... Sicher, dass du schneller bist? Also, ich glaube, ich bin jetzt schon weiter als... Hier war gerade ein Schwein, aber ich habe es aus Nahrung verloren. Nee, du bist nicht weiter als ich. Echt? Dann habe ich das Fall... Oder doch, ein bisschen. Du bist auch da, wo ich gerade bin. Ein bisschen schneller, mein Weg aber cooler. Autsch. Ja, ich sehe dich. Du bist ein bisschen weiter vorne und nicht nur ein bisschen. Du bist viel weiter vorne. Okay. Wenn wir zurück sind, verzauber ich mein Zeug da auch. Wie wär... Das wird richtig cool. Ich verzauber alles. Hier ist Zuckerrohr. Ich verzauber so viel, wie ich kann. Ich kann auch ein bisschen spenden, sozusagen. Ich kann dir auch ein bisschen was verzaubern. Mit 10 Lemons. Eins nenne ich Robins Schwert. Dann ist später. Enderdrache wurde von Robins Schwert betötet. Meinst du nenne ich Simon Desu? Dann steht da... Enderdrache wurde von Simon Desu getötet. Nee, nee, nee. Du darfst es nicht benennen. Hier ist noch ein Dorf. Das ist unser... Ich habe wieder kein Food. Das war ein Skelett. Haha, ich habe gesehen, dass du mich... Nee, hast du nicht. Befehle ich dir jetzt. Groß Rindfleisch ist zum Glück halt... Hast du einen Bogenwege? Nö. Und dann kann ich mich hochbauen zum Schutz von dir. In meiner anderen Datei hatte ich einen. Also auf Günther Yt. Nein, das war nicht Günther Yt. Ach, darf ich nicht noch? Manfred Bob. Also Dark Toaster. Ja, Dark Toaster 09. Bester Name. Warum hast du jetzt dann eigentlich gesagt, ich kann dir hier eine Freundschaftsanfrage schicken? Ja, und sollen sie doch. Stimmt, das wäre dann geil. Wir würden sie eh nicht annehmen. Vielleicht schon, aber ist mir auch egal. Weil ich benötige Freunde. Ich habe keine. Ich ige jetzt einfach einen Goldappel. Ach, dann guck mal hier. Sieht man irgendwo, dass hier eine Basis ist? Äh, da nicht. Da. Siehst du es? Hier, guck mal. Auf meinem Bildschirm. Äh, nicht wirklich. Das sieht doch nicht so gut. Guck mal, siehst du den Schlitz in dem Werk? Ähm, ja. Das ist so eine Art Ausguck. Da gehen wir gleich mal hin, okay? Okay. Das ist zwar noch nichts, aber da wird was sein. Ich bin hinter dir. Nein, da habe ich keine Grund. Aber vorhin konnte ich auch nicht wirklich machen. Ich hatte vorhin einen Fall. Ähm, ich freue mich schon richtig. Nimm morgen doch auf. Du wartest einfach. Und dann halt in der Datei. Ich finde die voll cool einfach. Ich mag diese Datei. Äh, ey. So, jetzt sind wir quillt. Du hast mich mit dem Dia-Statter. Das war ein Stock. Ja, du weißt doch, dass ähm, ähm. Schleberle gegen den Änderungen effektiv sind. Herr, echt? Ja. Cool. Dann hole ich gleich eine Schaffel und mache unsere Inventars vor. Aber es gibt einen Unterschied. Oh mein Gott, ein ganz, ganz böser. Und der Golem läuft mit einer Bühne in der Hand. Ah ja, der mag Villager. Das ist voll cool, das Feature. Cool. Der mag Villager und der will für die Arbeiten, für den Villager. Der muss aber für uns arbeiten. Ja, und Lohn kriegt er keinen. Warum auch? Ja, für wie größten, groß, äh, nicht, ja, doch, großzügig und größenwahnsinnig. Ja, größenwahnsinnig, wollte ich auch gerade sagen. Rückstoß, Rückstoß, Schärfe nehme ich. Ich würde auch, ne, Rückstoß bringt gegen den Dings nichts. Schärfe habe ich jetzt. Habe ich eigentlich Silberpfiff, Silberpfiff, Kasterstein. Haltbarkeit. Oh ja, doch, doch, doch. Das finde ich zu laut. Effizienz auf Level 2. Jetzt habe ich öffnet es. Jens hat noch sieben Level. Was, was? Ich kann auch ein bisschen was für dich verzaubern, wenn du wachst. Ich guck mal, wie, ich meine Brust, nein, ich will keinen. Wenn du verrottetes Fleisch hast, gibst du mir. Gleich. Ach, du hast. Schutz ist natürlich. Ich habe Enderperlen, um uns auf diesem Turm mit diesen Gattern zu befördern. Kann ich die Pfeile von dir, falls du welche hättest, wenn du welche hast? Hab keine. Schade. Warte, ich gebe dir das Fleisch, das verrottete. Achtung, nicht in den Mülleimer springen, weil da... Ohohohoho. Ne, so viel Platz habe ich jetzt doch nicht im Inventar. Jetzt habe ich eigentlich keine Level mehr. Ich habe jetzt meine Vierchess, Plane, mein Schwert und meine Pickaxe verzaubert. Doch, ich habe immer noch fünf Lässe. Hast du schon mal den Enderperlen, den Enderdrachen besiegt? Ja, in Kreativ, äh, ohne Kreativ. Nö. Und das wird, oh, deine Hose ist kaputt. Achso, du verzauberst die. Genau. Hallo, ich will verzaubern. Hey, meine Hose, du hast die jetzt. Du hast meine Hose. Ja. Ich habe sie da wieder nicht. Ich konnte gerade aus irgendeinem Grund nicht verzaubern. Erstmal ein Chestnut, die ist am wichtigsten. Habe ich schon? Jetzt. Explosionsschutz. Das habe ich gar nicht genommen. Ja, doch. Oder nee, bei mir war nur Feuerschutz. Bei mir auch schusssicher. So? Immer noch vier Level. Ich kann, glaube ich, sogar meine ganze Rüstung verzaubern. Ich auf jeden Fall. Haltbarkeit. Haltbarkeit, Schutz, schusssicher nicht. Haltbarkeit ist auch noch ganz nice. Jetzt den... Oh, das will ich auch. Hoffentlich kriege ich es. Wasser auf in die Tür. Schutz, Schutz. Toll. Da mache ich das jetzt so. Ich hole mir jetzt irgendeine nutzlose Pickaxe und verzauber sie auf Level 1. So, jetzt repariere ich erst mal meine Diapig-Eggs. Guck mal. Ich hätte doch gesagt, die ist fast kaputt. Ich weiß, ihr sind rich, oder? Ich hole mir jetzt einfach ein Iron-Egg nach und neben in den Mülleimer gesprungen. So, ich schmeiße... Ich bin da reingefallen. Ach, du Döde. Iron-Eggs. Iron-Eggs vor allem. Ja, ich kann... Die Fäden behalte ich sogar mal, dann kann ich mir gleich ein Bogen machen. Ich mache mir eine Schärfe 5 Schwert. Äh, ja, gar nicht OP oder so. Die erschwert aber. Ist mir auch klar. Schärfe 5. Genau. Ja, was denn? Ich brauche das. Kann ich bitte das... Rückstoß und Schärfe ist ganz nah. What a fish! Wie viel Dier Schwert hast! Kann ich bitte auch... Kann ich bitte die Hälfte von deinem Lapis-Lateli... Bitte... Gleich. Pupsi, Pupsi. In deinem Gesicht liegt's. Ich hoffe, jetzt Federfallauf für 2 geht. Schärfe, gut. Nee. Schärfe. Alter, bei mir kommt das gar nichts. Rückstoß! Oh, du Lack. Aber ich habe es gar nicht genommen. Ich brauche jetzt Level, Digga. Schärfe. Haben wir noch irgendwo ein paar Smaragde rumfliegen? Ich brauche unbedingt Level. Peinigung. Schärfe. Was bringt Peinigung? Irgendwie kann das Monster abschrecken. Alter, ich brauche gerade unbedingt Level. Ich brauche noch 13 Level. Ja, ich habe noch 2. Ich wäre dafür, dass wir als nächstes Level farmen gehen. Zweimal Rückstoß im Angebot, aber ich nehme nur einmal. Ja, Schärfe. Alles Schärfe habe ich gerade. Boah, der bietet... Ah ne, ein Lapis-Lateli für 1 Mark. Ich dachte, 1 Mark für 1 Lapis-Lateli. Das hätten wir, glaube ich, schon annehmen können. Das hätte ich schon längst gemacht. 6 Emeralds für ein Affahrungsfläschchen. Das geht nicht. Schärfe 2 schon mal. Die Schuhe ziehe ich wieder an. Ich bin recht gut geschützt. Was? Der Amos ist kaputt. Echt jetzt? Wir brauchen neues Eisen. Oh nein! Wir haben genug. Wo kriegen wir das noch nur her? Aus deinem Gesicht? Vielleicht. Da liegt doch immer Eisen drin rum. Ist denn jetzt mein Schwert weg? Ne. Das hat es zum Glück noch. Das ergibt jetzt keinen Sinn. Aber das ist mir egal. Alles klar. Ich bin voll schlau. Oben. Wie kann man sich eigentlich Pfeile craften? Ich mache einen Cut. So, das war es mit diesem verkatteten Video. Und dann machen wir noch eine Folge in dieser Survival-Welt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Like, wenn es euch nicht gefallen hat. Ciao.